Ja, herzlich willkommen aus dem regnerischen Berlin, aus dem regnerischen Olympiastadion, könnte ich da besser zu sagen. Hertha BSC empfängt Eintracht Frankfurt und das ist so ein richtiges Fußballwetter hier in Berlin. Und ja, die Berliner auf dem Tabellenplatz 11, die Frankfurter, die können dagegen profitieren. Die sind auf dem, wenn ich recht denke, auf dem 10. Platz, also einen vor Hertha. Und vielleicht können die das jetzt ändern, die Frankfurter, noch so frühzeitig. Es sind ja nur noch zwei Spieltage, also mit dem gerechnet hier, Hertha BSC gegen Frankfurt. Und natürlich noch weitere heute ja am Samstag. Ja, auf der Ecke, Ronny. Trapp. Hat jetzt mehrere Anspielstationen. Und die Berliner mit Stocker, Valentin Stocker. Beckerick hat in Dortmund auch eine tolle Partie abgeliefert. Der rennt so und in der Mitte ist Ronny, aber Trapp schon wieder da. Jakba. 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 Auf Aigner. Hin und her ist das Spiel heute. Also bis jetzt. Meier. Meier kommt durch. Und das gibt kein Elfmeter. Da haben die Berliner Glück gehabt, denn es wäre einer gewesen. Also strenge Schiedsrichter hätten da mit Sicherheit auf den Punkt gezeigt. Aber jetzt die Berliner. Und jetzt wieder der starke, heute starke Keeper. Kevin Trapp verhindert das hier. Plattnacht. Plattnacht. Jowski. Andersen. Eigner. Einwerf wegen. Kein Freistoß. Dagegen jetzt die Berliner. Spielen aber heute nicht so einen guten Fußball. Vielleicht liegt es am Wetter. Man sieht auch die Pfützen von den Spielern da. Die die da hinterlassen. Also da kann man sich doch mal in die Lage der Spieler versetzen. Aber jetzt die Frankfurter. Es war Lukas Piasson. Wollte es mal ganz schön machen mit einem Nupfer. Hegel da. Und da ist auch die Möglichkeit gewesen. Hozogai. Berenz. Und Jack Barclay. Berenz. Auf Pekerik. Jetzt die Flanke. Schieber ist da. Und. Am Ende. Ist der Ball dann raus. Arsten. Am Ende. Seferovic Chagba Und jetzt gibt es Freistoß Getreten von Zambrano Ja, er macht es kurz Und Ronny Jetzt vielleicht mal in der Kontergelegenheit Ronny Chiba Raus auf Stocker Da ist die erste Möglichkeit Für Berlin Nach gut 45 Minuten Es war keine Bestleistung Von den Herthanern Aber auch nicht von den Frankfurtern In der ersten Hälfte Man sieht, dass die beiden Mannschaften total auf Augenhöhe spielen Chagba 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 Ja Ich sag mal Das ist so ein Wie ich gerade eben sagte Ein Spiel auf Augenhöhe Also Ich gebe da jetzt nicht so eine Prognose zu Was ich jetzt mache gerade Also Hier zu diesem Virtuellen Spiel sage ich jetzt mal so Also Ich lege mich da nicht fest, wer hier in diesem Spiel gewinnt Das sieht nämlich irgendwie gleich aus Plattnaht Flank ist gut Aber Nicht zu gut Das Ist eine gefährliche Situation Dabei rauskommt Meier Alex Alex Meier Auf Hasebe Hasebe Immer noch Hasebe Aigner Und Nussenberger Ronny Ronny geht da vorbei Der hat einen Hagen Schuss Was macht der? Spielt der in der Mitte Zu Chagba Ja, er macht es Und er macht es gut Und Schieber ist da Und macht hier das 1 zu 0 Die Berliner führen Aber es war auch schön rausgespielt Und klug rausgespielt von Ronny Und Schieber Macht das dann Richtig gut 1.0 für RTA BSC In der 55. Minute Wie reagiert Frankfurt jetzt? Flum Hasebe Wieder Flum Ronny Und Freistoß Werther Und da haben sie ja natürlich Einen Spezialisten Aber Aus so einer Entfernung Macht das dann Lieber Hose Meier Lustenberger Jetzt geht es vielleicht mal schnell Wieder auf Schieber Der hat ein gutes Auge Auf Behrens Und der nimmt Ronny mit Er wäre es doch noch mal gewesen Fast das 2 zu 0 Für die Hertha Anner Nichts der Wechsel Seferovic geht Für Nelson Valdez Und jetzt gibt es hier auch den Freistoß Und es sieht so aus als ob Nein Es gibt keine Karte Ereignter hat da Glück Wobei Man da auch pfeifen könnte Also pfeifen natürlich Aber Eine Karte zeigen sollte Weil ich ihn Stocker macht Jetzt Trap Valdez Und ein Wurf Für Frankfurt Weil es Erneut Valdez Hat jetzt Schuss Chance Nein Lucas Piazon mit Da wurde es nochmal richtig gefährlich Und jetzt fragen sich alle Kann die Hertha noch Diese Führung Halten Sind ja noch Etliche Minuten Zu spielen Und das sieht jetzt im Moment Nicht so aus Valdez Jetzt gibt es den Freistoß Für Eintracht Frankfurt Auf einer gefährlichen Position Getreten von Jakba Ne Es macht Alex Mayer Ne Stefan Aigner Aber ungefährlich Bamba Anders Und Da wird es gefährlich Erneut Die Riesenchance Diesmal Für Valdez Lustenberger Wir holen nochmal den Einwurf raus Berenz Und da ist nochmal Schieber Und Trap Es ist In der zweiten Halbzeit Eine unterhaltsame Partie geworden Und eine Richtig Spannende Partie Ronny Bei der Ecke Schieber ist da Es gibt nochmal Den Einwurf Für Berlin Stocker Stocker Jetzt die Flanke Und jetzt nochmal Berlin Und Trap Nochmal Mit dem Anstoß Und Jakba Inoui Nochmal Aigner Jetzt gibt es nochmal Freischuss Für Frankfurt Nachspielzeit Schon abgelaufen Inoui Reiner Mitz Nein Es gibt nochmal die Ecke Und jetzt nochmal Alles nach vorne Trap Kommt der auch nochmal Ne Der bleibt lieber Vorsichtshalber Drinnen Jakba Schlechte Ecke Und das war's Hertha Gewinnt gegen Frankfurt Mit 1 zu 0 Und holen sich die nächsten 3 Punkte Um abzusichern Und das war's Wenn euch das Video gefallen hat Dann hinterlasst einen Daumen Schreibt was Nettes oder Geiles In die Kommentare Und also Geiles Nicht in dem Sinne Nicht falsch verstehen Das war's von mir aus Ciao Bis zum nächsten Let's Play Und Tschüss